Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video soll es um die Cassia Fistula gehen, mein liebstes Entgiftungs- und Abführmittel. Im Jahr 2014 hatte ich auch schon ein Video dazu hochgeladen. Da hatte ich im August ein paar Tage gefastet, 10 oder 14 Tage, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Und in einem Update zum Safastag 5 und 6 gab es einfach auch noch ein paar Informationen zur Cassia Fistula. Und ich habe dann auch dieses Entgiftungsmittel gezeigt. Wer das Video gerne anschauen möchte, ich verlinke es euch oben in den Infokarten. Heute faste ich wieder, also ich habe vor, heute ist der 8. Fastentag. Ich habe letzte Woche Samstag mit dem Fasten begonnen. Ich möchte wieder in eine längere Fastenphase hineingehen. Ich habe ja schon im Februar 2014 vier Wochen gefastet. Und jetzt möchte ich auch wieder länger fasten, erst mit Säften, vorrangig Grün und Gemüse. Dann möchte ich in ein Wasserfasten gehen und damit Trockenfasten beenden. Und für diese Fastenphase nutze ich natürlich auch sehr, sehr gern die Cassia Fistula, weil sie sehr sanft, aber effektiv wirkt. Die Cassia Fistula ist eine Pflanze aus der Familie der Johannesbrotgewächse. Sie wird auch indischer Goldregen genannt. Die Cassia Fistula ist eigentlich auch eine Zierpflanze, weil sie so schön goldgelb blüht. Und sie ist ein sehr effektives und natürliches Abführmittel. Die Cassia Fistula wird in Südostasien, in Indien, in Ägypten und auch in einigen Mittelmeerländern kultiviert. Und der indische Goldregen, also dieser Baum, bringt dann solche stangenförmigen Früchte hervor. Die sind so 30 bis 60 Zentimeter lang, röhrenförmig. Die haben dann eben so eine dunkelbraune Schale. Und im Inneren befinden sich dann viele dünne, fast kreisrunde Plättchen. Und diese Plättchen sind von so einem schwarzen, klebrigen Fruchtmark ummantelt. Und zwischen diesen Plättchen stecken noch Samen, die sind nicht essbar, die sollen giftig sein. Der Geschmack der Cassia Fistula-Plättchen, also dieses Fruchtmarks, ist süßlich, wird von manchen Menschen als Lakritz-ähnlich, von anderen als Schokoladen-ähnlich beschrieben. Wenn Menschen mit einem Einlauf nicht so gut zurechtkommen, oder aber solche Abführmittel wie Bittersalz oder Klauresalz aufgrund des Geschmacks ablehnen, dann ist die Cassia Fistula eine wunderbare Möglichkeit, auf eine natürliche, sanfte und effektive Weise zu entgiften. Das ist eine sehr natürliche Entgiftung von oben nach unten. Man nimmt es oben ein und es kommt unten raus. Und die Cassia Fistula, also der Wirkstoff, zieht sich praktisch durch den ganzen Darmtrakt. Nicht nur den Dickdarm, sondern auch durch den Dünndarm. Und mit dem Einlauf erreicht man ja meistens nur den Dickdarm, beziehungsweise Teile des Dickdarms. Und der Vorteil der Cassia Fistula ist, dass er eben auch den Dünndarm mit entgiftet und reinigt. Also wirklich ein super Entgiftungsmittel, ein super Abführmittel auf ganz natürliche und schonende Weise. Mit dem Einlauf erreicht man nicht so eine tiefgründige Wirkung wie mit der Cassia Fistula. Und auf diese Wirkung möchte ich auch heute in diesem Video eingehen. Die Cassia Fistula Plättchen kann man auf unterschiedliche Art und Weise einnehmen. Es gibt zwei Varianten. Entweder lutscht man ein paar Plättchen, also man lutscht dieses dunkle Fruchtmark ab. Oder man weicht diese Plättchen über Nacht in Wasser ein, sodass sich das Fruchtmark ablöst. Da muss man auch noch ein bisschen unterstützen, das löst sich nicht von alleine ab. Und dann trinkt man diese dunkle Flüssigkeit. Und bevor ich genauer darauf eingehe, wie man das macht und noch mehr Informationen dazu gebe, möchte ich erstmal auf die Wirkung der Cassia Fistula eingehen. Also die Cassia Fistula, die wirkt blutreinigend, zellreinigend, abführend und darmreinigend. Also sehr, sehr effektive Wirkungsweisen mit dieser Cassia Fistula. Kommen wir zur abführenden Wirkung der Cassia Fistula. Die Cassia Fistula kann Verstopfungen auflösen. Sie stört auch in keinster Weise die Darmfunktion. Und es tritt auch kein Gewöhnungseffekt ein, wie bei anderen üblichen Abführmitteln. Ihr könnt also die Cassia Fistula über einen längeren Zeitraum, Wochen, Monaten, täglich oder regelmäßig einnehmen und dann wieder für einen längeren Zeitraum stoppen. Das hat keinen Einfluss auf eure Darmfunktion. Das ist dann nicht so, dass ihr dann immer Cassia einnehmen müsst, damit der Darm normal funktioniert. Das ist natürlich auch immer wichtig, wie man sich ernährt, dass man sich eben von guten, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln ernährt, nicht so konzentriert, wasserhaltig. Also die Ernährung spielt natürlich dann auch immer eine Rolle, wie der Darm funktioniert. Die Cassia Fistula ist auf alle Fälle ein besseres, natürlicheres Abführmittel als Bittersalz oder Klaubersalz. Ich habe ja auch 1999 das erste Mal mit Fasten begonnen, mit Bittersalz. Und ich musste meinen Fasten vorzeitig abbrechen, weil ich einfach diesen Geschmack nicht mehr ertragen konnte. Damals kannte ich noch keinen Einlauf. Und das habe ich dann erst bei meinem nächsten Fasten integriert und dann habe ich immer Bittersalz und Klaubersalz weggelassen. Cassia Fistula habe ich dann erst so 2000, 2001 kennengelernt, habe ich in einem Forum davon gelesen und mir dieses Wundermittel einfach mal bestellt und dann ausprobiert. Also wirklich sehr effektiv und damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. In der Cassia Fistula gibt es einen Wirkstoff, sogenannte Senoside, die eben diese abführende Wirkung haben. Kommen wir jetzt zur blutreinigenden Wirkung der Cassia Fistula. Die Cassia Fistula kann Toxine, Schadstoffe aus dem Blut, in den Darm abgeben. Und diese Schadstoffe werden dann über den Darm ausgeleitet. Also durch die abführende Wirkung werden diese Schadstoffe dann auch schnell aus dem Darm ausgeleitet. Wenn im Blut große Mengen an Schadstoffen enthalten sind, dann kann das zu Kopfschmerzen führen. Und es gibt verschiedenste Erfahrungsberichte, die belegen, dass durch die Einnahme von einigen Cassia Fistula-Plättchen diese Symptome sehr stark abgemildert werden oder sogar verschwinden. Leider leben wir heute nicht mehr in einer sauberen, reinen Umwelt. Giftstoffe sind fast überall. In der Nahrung, in der Luft, im Wasser, im Boden, in der Kleidung, in neuen Möbelstücken. Dann gibt es die Autoabgase. Also überall gibt es Giftstoffe, die wir aufnehmen, die aber nicht in unseren Körper hineingehören. Und die Cassia Fistula verhilft auf alle Fälle unseren Körper dazu, besser zu entgiften, beziehungsweise wird dadurch die Entgiftung des Körpers unterstützt. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, es läuft gerade online ein Entgiftungskongress. Der hat am 1. Februar, also gestern, gestartet. Sehr, sehr interessante Information. Ich habe mir gestern den einen Interviewpartner angeschaut. Das war der Dr. Joachim Mutter. Der hat auch ein Buch geschrieben, Lass dich nicht vergiften. Das habe ich auch vor einigen Jahren gelesen. Sehr, sehr interessante Information. Hat gestern der Dr. Joachim Mutter wieder preisgegeben. Also ich werde mir jetzt auf alle Fälle den Kongress anschauen. Da sind ganz, ganz viele interessante Interviewpartner dabei. Auch der Dr. Karl Probst oder auch der Florian Sauer, bekannt als Experte für die Gallenblasen- und Leberreinigung. Wenn ihr euch auch zu diesem kostenlosen Kongress anmelden wollt, dann findet ihr unten in der Infobox oder im ersten angepinnten Kommentar den Link. Kommen wir jetzt zur zellreinigenden Wirkung der Cassia Fistula. Cassia Fistula hat auch die Fähigkeit, Schadstoffe aus den Zellen ins Blut zu transportieren. Die Körperzellen lagern die Schadstoffe ein, damit sie nicht frei im Blut zirkulieren. Und je mehr Schadstoffe eine Körperzelle einlagert, umso weniger optimal kann sie funktionieren. Also sie zieht die Schadstoffe aus den Zellen ins Blut. Und die Cassia Fistula wirkt ja auch blutreinigend. Sie führt diese Schadstoffe vom Blut über in den Darm. Und durch die abführende Wirkung werden diese Schadstoffe schnell ausgeschieden. Florian Sauer, der ja Experte für Gallenblasenleberreinigung ist und der auch viel Erfahrung mit Cassia Fistula hat. Durch ihn bin ich auch darauf gekommen, wie man die Cassia Fistula noch einnehmen kann. Also nicht nur diese Blättchenlutschen, die hier in dieser Stange enthalten sind, sondern eben das Auflösen. Das habe ich das erste Mal beim Florian Sauer gesehen. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, dass die Cassia Fistula das 50- bis 70-fache ihrer eigenen Menge an Giftstoffen binden, transportieren und zur Ausscheidung bringen kann. Also wirklich ein sehr effektives Mittel. Ich kann es gar nicht oft genug in diesem Video wiederholen. Es ist nur möglich, die angesammelten Schadstoffe über den Darm auszuleiten. Wenn ihr euch überlegt, dass der Darm eine Oberflächengröße von 300 Quadratmetern hat und somit das größte Ausscheidungsorgan ist, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass es in der heutigen Zeit mit den vielen Schadstoffen wichtig ist, den Darm mit natürlichen Mitteln zu entlasten und zu unterstützen. Ich habe irgendwo mal gelesen, je stärker Menschen auf Cassia Fistula reagieren, umso konzentrierter und giftiger sind die Schadstoffe im Körper. Also da wird dann auch richtiger toxischer Schleim ausgeschieden. Und das merkt man manchmal auch, dass nach der Ausscheidung der After einfach ein bisschen wund ist. Also in diesem toxischen Schleim oder diesen Ausscheidung, die ist ja sehr toxisch, da sind da eben die Schadstoffe enthalten, aber auch Bakterien und Viren zum Beispiel. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Wie öffnet man so eine Cassia Fistula Stange und wie nimmt man diese Cassia ein? Hier seht ihr Cassia Fistula Stange, das ist eigentlich eine große Cassia Fistula Stange, die schon in der Mitte durchgebrochen wurde. Hier seht ihr auch schon an der Bruchstelle ein Blättchen der Cassia Fistula. So sieht es aus. Ein hölzernes Blättchen und an diesem Blättchen haftet ein klebriges, schwarzes Fruchtmark. Die Schale der Cassia Fistula ist relativ hart, hölzern und lässt sich sehr umständlich und schwer mit einem Messer öffnen. Das ist auch möglich, aber da muss man ein bisschen Zeit investieren. Noch besser funktioniert das mit einem Nussknacker. Und ihr seht hier auch die Naht der Cassia Fistula. Und an dieser Naht kann man mit einem Nussknacker sehr gut diese Stange öffnen. Jetzt ist ein Teil der Schale aufgebrochen und ihr bekommt einen Einblick in das Innere der Cassia Fistula. So sind diese Plättchen angeordnet. Dazwischen befindet sich immer ein Samen, der nicht essbar ist. Er soll sogar giftig sein. Für die Wirkung der Cassia benötigen wir dieses dunkle, schwarze Fruchtmark, was an diesen hölzernen Plättchen haftet. Hier seht ihr ein Plättchen der Cassia Fistula nochmal ganz nah. Wie kann man Cassia Fistula einnehmen? Ich hatte es ja schon am Anfang des Videos erwähnt. Entweder lutscht man ein paar Plättchen oder man weicht diese Plättchen in Wasser ein und bereitet sich da so eine dunkle Flüssigkeit zu, die man dann aufnimmt. Die erste Variante habe ich jahrelang praktiziert. Einfach am Morgen auf nüchternen Magen ein paar Plättchen gelutscht. Es gibt gar keine Angabe, wie viel das jetzt sein wird. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Manche spüren schon bei ein, zwei Plättchen eine Wirkung. Manche nehmen zehn und spüren überhaupt nichts. Tastet euch am besten mit ein paar Plättchen, zwei bis drei, vier Plättchen heran und schaut einfach, wie ihr reagiert. Wenn ihr noch nicht so viel spürt, könnt ihr auch die Plättchenanzahl erhöhen, aber immer auf euer Körpergefühl achten. Es ist auch möglich, die Cassia Fistula am Abend zu nehmen. Dann solltet ihr aber zwei Stunden vorher nichts essen. Das hat den Effekt, dass ihr morgens dann gut auf Toilette gehen könnt. Das hat so einen natürlichen Abführeffekt. Beim Lutschen der Cassia Fistula-Plättchen bleibt dann dieses holzige Plättchen übrig. Es geht ja um dieses klebrige, schwarze Fruchtmark, wo auch der Wirkstoff enthalten ist. Die zweite Methode, Cassia Fistula zu sich zu nehmen, ist ja das Einweichen der Plättchen und dann das Trinken einer dunklen Flüssigkeit. Diese Methode habe ich vor über drei Jahren kennengelernt. Das ist für mich die effektivste Methode, gerade vor einem Fasten oder während einem Fasten, weil man damit einfach wunderbar Teile des Darms leeren kann. Ich habe die Cassia Fistula jetzt vor meinem Fasten genommen oder am ersten Fastentag. Ich habe die Cassia Fistula noch mal am dritten Tag genommen und am siebten Tag. Und es ist unglaublich, was die Cassia Fistula noch alles rausholt, obwohl man fastet, obwohl man ja nur mit Gemüsesäften, mit Grünsäften fastet. Die Belaststoffe sind ja alle raus, ja nur Flüssigkeit. Und es ist unglaublich, was die Cassia Fistula alles noch aus dem Darm rausholen kann. Und es ist ja so, je leerer der Darm ist, umso weniger Hunger verspürt man beim Fasten. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, mit Cassia Fistula gehe ich viel leichter ins Fasten rein und ich verspüre keinerlei Hunger, fühle mich einfach gut und leicht. Wenn man aber wirklich eine abführende Wirkung erzielen möchte, dann nimmt man eine größere Portion der Plättchen, so Tischtennisball groß, also man kann da ja so ein Bällchen formen, um das zu portionieren. Man nimmt einfach mit einem Löffel die Plättchen heraus, portioniert das so, dass man so einen Tischtennisball großen Ball hat und dann weicht man das Ganze in Wasser ein. Heute werde ich das wieder praktizieren. Im Rahmen meines Fastens, ich entnehme Cassia Fistula, Plättchen formen dann erstmal so diese Portionsgröße und dann wird das Ganze über Nacht in Wasser eingeweicht. In meiner Schüssel seht ihr jetzt ungefähr die Portion, die eine abführende Wirkung hat. Das Ganze gieße ich mit Wasser auf. Ich möchte nochmal ausdrücklich betonen, kein Leitungswasser zu verwenden, also entweder Glasflaschenwasser, gutes Glasflaschenwasser, gefiltertes Wasser oder dampfdestilliertes Wasser. Ich habe jetzt für diese Cassia dampfdestilliertes Wasser verwendet. Auch nicht zu viel Wasser verwenden, damit die Wirkung nicht abgeschwächt ist. Sonst ist der Wirkstoff der Cassia Fistula zu verdünnt. Und das Ganze lasse ich jetzt mindestens zwölf Stunden einweichen. So sieht das Ganze dann über Nacht eingeweicht aus. Und die dunkle Masse um die Plättchen herum ist jetzt schön weich geworden. Und jetzt wird das Ganze abgesiebt. Dafür verwende ich noch eine andere Glasschüssel, ein Sieb und einen Löffel. Und dann gebe ich erstmal hier die eingeweichten Plättchen hier in das Sieb. Ihr seht, da ist noch richtig viel Masse an den Plättchen. Oh, ich habe jetzt gerade verschüttet, ihr seht's. Hier ist noch richtig viel Masse an den Plättchen. Und das wird jetzt mit einem Löffel abgestrichen. Also ich rühre das jetzt schön um und löse diese aufgeweichte schwarze Masse von den Plättchen. Ihr könnt auch noch ein kleines bisschen Wasser nachschütten, damit sich das ein bisschen besser löst und dass die Wasserhöhe ein bisschen besser ist, dass sich das alles ein bisschen besser lösen lässt. Aber bitte nicht zu viel Wasser, nicht zu sehr verdünnen, damit der Wirkstoff in dieser Masse nicht zu verdünnt ist. Den Großteil der klebrigen Masse an den Plättchen habe ich jetzt abgelöst. Und zurück bleibt eine dunkle Flüssigkeit, die ist so ein bisschen zähflüssig und die kann jetzt auf nüchternen Magen getrunken werden. Wann kommt es nach Einnahme dieser Cassia Fistula Flüssigkeit zur ersten Darmentleerung? Das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche spüren schon nach zwei Stunden den Drang, den Darm zu entleeren, manche erst nach vier bis sechs Stunden. Bei mir variiert es auch, es kann zwei bis sechs Stunden dauern, bis ich den ersten Drang verspüre. Meistens spürt man das vorher, das zieht dann so im Bauchraum und dann weiß man, jetzt muss man bald die Toilette aufsuchen. Es ist auch gerade, wenn man die zweite Methode anwendet und eben diese Flüssigkeit trinkt, nicht unbedingt das Haus zu verlassen, sondern immer in der Nähe einer Toilette zu bleiben. Meistens kommt es zu mehreren Darmentleerungen, wenn ihr diese Flüssigkeit trinkt, also auch nach der ersten Darmentleerung schön in der Nähe einer Toilette bleiben. Das kann sich nochmal zwischen ein, zwei, drei Stunden hinziehen, bis der Darm dann für den ersten Moment erstmal gereinigt ist, bis der Wirkstoff nachlässt. Ich empfehle dann immer nochmal mit einem Einlauf, mit gefiltertem, mit gereinigtem, warmen Wasser den Darm nochmal zu spülen, weil ja auch durch die Kassia einiges im Darm gelöst wird. So kann man gut noch Reste aus dem Darm herausspülen. Gibt es Nebenwirkungen, Symptome bei der Einnahme von Kassia Fistula? Bei einigen Menschen kann es erstmal zu Kopfschmerzen führen und in den meisten Fällen taucht so ein leichtes Bauchziehen auf, bis hin zu Krämpfen. Diese Symptome verschwinden aber, wenn die Schadstoffe über den Darm ausgeleitet werden. Wie lange ist die Kassia Fistula haltbar? Die ganzen Stangen sind unbegrenzt haltbar. Sie werden zwar mit der Zeit trocken und trocknen aus, aber wenn man sie wieder in ein feuchtes Küchentuch einwickelt, dann nehmen sie Feuchtigkeit auf und werden wieder frisch. Die ausgelösten Kassia Fistula Plättchen, ob man sie selber auslöst oder kauft, die bewahrt man am besten im Kühlschrank auf und verbraucht sie dann nach und nach. Woher beziehe ich Kassia Fistula Stangen bzw. herausgelöste Kassia Fistula Plättchen? Aktuell bestelle ich Kassia Fistula Plättchen bei Jurassic Fruit. Jurassic Fruit haben auch ein breites Angebot an reifen Früchten, an Trockenfrüchten und Nüssen in Rohkostqualität, auch Lavaerde zur Haut- und Haarpflege. Das benutze ich ja auch schon seit über vier Jahren für die Haut- und Haarpflege. Und ihr könnt da eben auch Kassia Fistula bestellen. Ich hatte auch schon mal ein Video veröffentlicht zu den reifen Früchten von Jurassic Fruit. Wer es noch nicht gesehen hat, dann verlinke ich das Video oben rechts in den Infokarten. Für Erstbesteller bei Jurassic Fruit gibt es auch einen Gutschein-Code, 10% Rabatt auf die Erstbestellung. Oder ihr bestellt Kassia Fistula bei Florian Sauer, dem Experten für Gallenblasen-Leberreinigung. Auf seiner Seite findet ihr auch eine PDF zur Anwendung, Verwendung von Kassia Fistula. Bei Fastenkrisen oder bei einer Ernährungsumstellung auf vegan oder Rohkost kann es zu Schlappheit oder auch mal zu Kopfschmerzen kommen. Da können einige Kassia Fistula-Plättchen Abhilfe verschaffen und die Symptome mildern oder ganz zum Verschwinden bringen. Generell, wenn man Kopfschmerzen hat, würde ich erst mal einen Einlauf probieren oder Kassia Fistula einnehmen, bevor man dann zu einem Medikament, zu einer Kopfschmerztablette greift. Ich hatte im letzten Jahr auch ein Video veröffentlicht mit dem Joachim vom YouTube-Kanal Kohl und Kamera und dort hätte ich noch mal ganz genau erklärt, worum ein Einlauf bei Kopfschmerzen helfen kann. Wer sich für diese Thematik interessiert und das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben rechts in den Infokarten. Das war es wieder von mir. Ich hoffe, euch haben diese Informationen über die Kassia Fistula weitergeholfen. Ich freue mich natürlich auch über zahlreiche Kommentare. Habt ihr schon Erfahrungen mit Kassia Fistula gemacht? Beziehungsweise was haltet ihr von diesen Informationen, die ich euch hier in diesem Video gegeben habe? Ich freue mich über einen regen Austausch unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Video. Eure Silke Eure Silke